Boah, fällt uns safe. Fabi, also das ist echt dumm. Wer hat den festwerten Kopfball? Boah, Alter. Hast du schon? Klar. Das geht aber echt schnell bei dir. Genau. Das habt ihr richtig... Boah, Sandro, wenn wir das falsch gehabt hätten, ne? Ehrlich. Wer von euch besitzt denn die meisten Schuhe? Fußballschuhe jetzt, oder? Nein, alle Schuhe. Ja. Und das ist wieder falsch. Fabi, also das ist echt dumm. Sag mir mal, ich komme, glaube ich, mit maximal zwei Paaren. Nein. Bin ich jemals jetzt bei uns reingekommen. Ja, aber du hast ja noch recht. Ich habe immer nur meine Schimmelschuhe zum Training. Also ich habe, glaube ich, so acht Paar Schuhe zu Hause. Wenn überhaupt. Zuhause? Ja, da habe ich schon ein paar mehr. Danke für viele. Aber ich komme mit einem Schimmelpaar immer zum Training, Junge. Ja, das ist wieder egal. Mann, Jörg hast du gerade schon angesprochen. Wer hat denn bei der Aufstiegsfeier Hertha gefeiert? Boah, ich glaube, beide, oder? Ja, beide gleich eigentlich. Wobei, ja, auf Malle war ich, glaube ich. Ich habe auch schon vieles von mir gehört. Ich hoffe nicht. Das habt ihr richtig. Stark, Sandro. Wer von euch ist öfter am Smartphone? Hast du? Ne, ich habe noch nicht. Das habt ihr richtig. Da bist du doch richtig. Richtig. Der von euch ist ein B-Lining, ja? Ja. Richtig. Hast du schon? Ja. Das ist falsch. Wenn ich an die letzte... Viele Fragen kommen. Boah, völlig unsafe. Wer von euch hat den schnelleren Sprint? Fürs Team. Ist richtig? Ja. Wer steht denn morgens als Erster auf? Sandro, bitte. Ja, ja. Ich habe... Habt ihr richtig. Und wer weiß mehr über die Geschichte von Rot-Weiß-Essen? Das ist falsch, ne? Machst du dich lächerlich. Der war in der Schule in Mathe besser. Oh mein Gott. Hast du schon? Das ist falsch. Was hattet ihr denn so für Noten? Ja, ausreichend war, glaube ich. Mal zu drei, so immer. Ja, war schon mal besser. Das geht ja sogar. Wer ist der fairenere Spieler auf dem Platz? Das habt ihr richtig, oder? Ja. Ja, von euch ist das denn Kamerageiler. Boah, scheiße, Alter. Das sind ja nicht mal. Ist richtig. Ja. Gut zu sagen. Holzweiler-Instagram-Profil. Und wer kennt sich mehr mit Sportarten aus, die nicht Fußball sind? Was kennt so Fabi? Ja, gut. Formel 1 bin ich auf jeden Fall drin. Jetzt, seitdem wir Golf gespielt haben, auf jeden Fall auch beim Golf. Da sehe ich mich. Das, denke ich mal, kann einen auf jeden Fall auch bezeugen. Ja. Ja. Hab früher auch mal selber Eishockey gespielt, ein halbes Jahr. Also, ja. Schwierig. Das weiß ich jetzt nicht. Ja. Was weißt du noch? Super. Wer achtet ja mehr auf seine Frisur? Junge. Da... Da gibt's bei mir nicht drauf zu achten, aber... Ja, nein, ja. Das ist richtig. Der von euch braucht länger, um sich die Haare zu machen. Das ist richtig. Wie lange denn Fabi? Ich würde sagen, eigentlich geht's relativ schnell, aber ich weiß, dass Ende seine Haare meistens dadurch hinbekommt, dass er oft eine Cap trägt. Aber bei mir muss ich schon immer ein bisschen gucken, dass das jetzt seit der neuen Frisur so ein bisschen nach vorne sitzt. Deswegen da... Nicht so lange, aber auf jeden Fall ein bisschen länger als Ende. Ich fängst gerne. Und die letzte Frage. Wer würde denn eher seinen Zimmerschlüssel verlieren? Gibt's da so eine Frage, die ich dir lachen soll? Ja, ich hab letztes Mal schon meine Cards verloren. Ich glaub schon dreimal, oder? Ja, okay, übertreib. Ich kann ihn besser kochen. Auch das ist richtig. Ja. Wenn man eine Freundin zuhause hat, muss man ein bisschen kochen. In der Fall, dann.